Die Frau ist gestern Nachmittag gestorben. 15, 16 Uhr. Also ich meine, eigentlich ist das ja Komlatscheks Fall. Ja, ja. Ein Freund von mir ist betroffen. Wenn der Täter sich nur noch dunkelhaariger Opfer sucht. Ausschließen kann man das ja nun nicht. Bisher schien er ein sehr eindeutiges Beuteschema zu haben. Ja, ich meine... Ja, Sie brauchen sich nicht zu streiten. Das ist ja sowieso nicht Ihr Fall. So oder so stimmt hier diesmal etwas nicht.